... auf der Suche, das ist jetzt knapp zwei Jahre her, auf der Suche nach einem adäquaten Plattenspieler und einer Schallplatte zur CD. Kann man doch in dem Sinn sagen, oder? Ja, vor allem, du hast überhaupt kein Rauschen. Du hast gar kein Rauschen, es ist kristallklarer Klang. Und nochmal, wenn Sie Musik lieben, wenn Sie gerne Radio hören, können Sie hiermit wirklich hervorragenden Klang erleben. Das ist was anderes als so eine Bluetooth-Box, was jetzt alle haben oder Ihre Knopfkopfhörer. Hier kommt richtig Sound raus. Den hören wir uns auch gleich an und zwar habe ich meine alte Schallplatte aus den 90ern rausgesucht. Aber gehen wir erst noch weiter. DAB Plus hat 100 Euro oder ähnliches, ist hier einfach integriert und wir können, und das ist auch noch etwas ganz Besonderes an dieser Anlage, analoge Medien digitalisieren. Das heißt, Schallplatte oder Musikkassette per Knopfdruck aus MP3 umwandeln und dann auf dem Stick oder auf einer K1-Jahre, ich weiß gar nicht wie viele Wochen, habe ich aufgelegt. Und zwar einen Titel von FR David. Und ich mache jetzt mal den Plattenarm hoch. Und bevor wir uns das anhören, schauen wir uns auch mal den Plattenspieler selber an. Der 45 für die Singles oder für Maxi-Singles. Und ich habe sogar etwas, was DJs unglaublich zu schätzen wussten früher, diese manuelle Einstellung. Plus 10 Prozent in der Geschwindigkeit oder minus 10 Prozent. Das ist hervorragend, wenn wir mal... Wie Sie hier abspielen können, sind alles, was es gibt, würde ich mal sagen. Ja, natürlich. Und vor allem für mich war wichtig, dass meine alten Schallplatten nicht weiterhin verstauben. Ich mache das gerne mal, wenn ich Zeit habe. Also meistens mal an einem Sonntag, dass ich mal wieder Schallplatten höre. D.A.B. Plus für mich ganz wichtig, weil ich auch heiße. Zu diesem Lied, das weiß ich noch, also in der Zeit, Sie werden sich erinnern. Wenn in der Diskothek Vetter auflegen und sofort war die Tanzfläche gestopft voll. Sie werden sich auch erinnern. Und wenn es dann in Disco ging, Camp Burn, sind diese Lieder, an die ich mich immer erinnern werde. Und ich habe auch mit der ein oder anderen netten Dame auf dieses Lied getanzt. Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Erzählen uns Geschichten. Hast du aktuellen Lieblingslied, Diana? Jetzt? Oh, das ist so Fox wie damals. Ja, natürlich. Ich bin schon auch. Also kein Hip-Hop, so wie die ganzen. Aber ich sage nicht, Indianer Musik ist auch heutzutage politisch nicht mehr korrekt. Ich sage einfach, hört ihr eure Musik und lasst mich meine Musik hören. Aber ganz egal, wie ihr Musikgeschmack ist. Auf dieser Anlage klingt sie einfach mit allen Sachen, die Sie hier abspielen möchten. Die Nostalgie, Schallplatte oder Kassette bis zu Bluetooth und DAB Plus. Alles dabei. Zum TV-Sonderpreis hier. Die bestellt ihr was, die ZX18L569. Hören Sie mal wieder Musik, wie sie gemeint ist zu hören. Richtig laut. Wenn Sie eine Party machen wollen, ist das die perfekte Anlage. Wenn Sie Klassikmusik lieben, auch perfekt. Sie können richtig gut Musik wiederhören. Hier mit unserer Top 100 Selektion dieser Steho-Anlage. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.